Jetzt Time-Trail für die nächsten 4 Strecken. Los Angeles Strand Party. Insofern interessant, weil das ja 3 verschiedene Start-Ziel-Teile hat. So, einmal umdrehen und starten von der zweiten. Der zweite Abschnitt beinhaltet natürlich das Stadion. Stadion, Stadion, Stadion. Aber wie viele Strecken es mit einem Stadion gibt? Selbst in Madrid wieder. Madrid hat auch schon wieder ein Stadion. Stadion, Stadion. Aber auch recht geil gemacht. Kann man nichts sagen. Und dann kommen wir auch schon gleich wieder ans Ziel. Und zwar das am Strand. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.